Zurück bei Donkey Kong Country Tropical Freeze. So eine Schreinerei. Hm. Wahrscheinlich wollten sie sagen Schweinerei. Aber nein, es wird eine Schreinerei sein. Könnte glatt ein Titel aus meinem Let's Play sein. Ja, hundertprozentig kann man hier rein. Vielleicht doch. Oh nein. Noch eine Lohrenfahrt. Oh shit. Wow. Okay. Oh. Good point. Was sind wir jetzt? Aha. Hä? I don't get it. Ja. Ja. So, und jetzt, äh, in dieser Folge, wie verliert man am schnellsten Leben? Und. Wow. So. Da mich ablenken. Ich mach mal deine Wetter. Da soll mich ablenken. Schön, dass ich vorne noch drauf springe. So. So. Oh. Okay, also da muss ich nicht hoch. Da ist nix versteckt. Punktende aus. Bumka, bumm, 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 bumm. Aber Schreinerei trifft es hier wirklich am besten. Na, ich erwisch den nicht. So. Hier runter. Ja, warum macht er nix? Warum hat er sich nicht geduckt? So. Ähm, ja. Was? Was? Ich hab's gerade gesehen. Der hat auch so ein... Oh, ja. Genau. Oh, shit. Der hat mal eben aus nem Toten mein Kart gemacht. Oder in den Lohr, ob er's gepackt hat. Okay, gut. Dann machen wir... Oh, nein. Ganz richtig... Oben lang. Wer hat so welche Level in Donkey Kong Country erfunden? So. So. Geil. Ja, ich treff immer gerne neben. Sorry, damit hatte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass da jetzt Fliegende... Ach, egal. Ich sag lieber nix. Ich spiel einfach fast nur noch... Das ist ja beinahe... Oh. Ich bin so ein... Träumer, leh? Ich spiel am besten, ähm... wieder Minesweeper. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Trost, spiel lieber Minesweeper. Weiß gar nicht, wie viele dummer Trostplays hier schon waren. Ich lerne nicht draus, ne? Ich versuche es immer wieder. Das End habe ich echt nicht bekommen, ne? Bäh. Ach, schade. Nur ein? Nur ein? Gut, dann nur ein. Ich weiß jetzt echt nicht, wie ich da unten langkomme. Außer den Funkys flying by. Ich brauche so eine Puzzleteile wie kein zweiter. Dieses Zeug. Der Hammer. Ich sag dir, es schmeckt voll krass. Extra, jetzt bringt mir nichts, wenn ich runterfliege. Äh, ich muss da wahrscheinlich mal so eine Squawk-Folge machen mit den ganzen Leveln. Aber Luftschloss-Romantik. Dann lasst uns mal romantisch werden. So. Okay. Dann nehmen wir jetzt die Pixi. Moment, die kommen jetzt nicht angeflogen, oder? Und das ist nur für sowas. Egal. Das war dumm, dümmer Trueplay. Festhalten, Trueplay. Das ist nicht wie bei anderen Spielen, wo du dich nicht festhalten musst. Du musst dich festhalten. Ja, ich muss dich ganz doll festhalten. Dann landen wir hier auch oben. Nee, das bräuchte ich nicht. Oh, ernsthaft? Ich war doch gerade gesprungen. Nee, den warte ich jetzt. So, schön gedrückt halten. Weg du, Walros. Was? Oh nein, und jetzt auch noch nach links, oder was? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nur zu meiner Mami. So. So. Weiß nicht, ob diese Münzen auch dazu zählen. Das ist halt das Problem, ne? Ähm. Ah. Okay. 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 Ah. Wow. War ich das K eigentlich schon? War nicht. Ja, hab ich schon. Na komm. Weg mit dir. Ah, schade. Schade, da oben ist nix. Noch ein Leben. Moment. Sollen wir das schaffen? Ah. Okay. Gut, das könnte so funktionieren. Da haben wir ihn. Hö, hö. So. Okay, ja. Jetzt unten bleiben. Jawoll. Geil getroffen. Oh, war ja. Jetzt geht's los. Oh nein. Okay, das K. Die haben wir auch. So. Okay, wir müssen wahrscheinlich erst mal auf die andere Seite. Hier hundertprozentig noch was ist. Ja, war klar. Hier ist noch was. Oh nein. Oh, ich hab's. Das ist nicht eine glorreiche. So. Oh, ich muss ja mal mit. Ich denke, ich müsste sich die Plattform mitbewegen. Aber egal. Das ist ein Witz, oder? So, noch zwei Level bis zum Boss. Und wir machen jetzt was, was ich sonst eigentlich nie gerne mache. Aber wir benutzen jetzt mal hier den lieben Bokki Bokki. Der kostet zehn Stück. Äh. Den hier. Komm, kaufen wir. Verlassen. Ich möchte jetzt wissen, was Gemüle-Räder hat. Inventar. Wir nehmen einen Spork mit. Spangen bereit und gehen damit in das Level. Ich will jetzt das Gemüle-Räder jedenfalls mal zu 100% schaffen. Und er findet ja anscheinend immer Puzzleteile. Wie macht sich das inerkennbar? So. Das hatte ich, glaube ich, schon, ne? Egal, es ist Leben. Egal, es ist ein Leben. Punkt, Ende, aus. Müssen wir einfach mal drauf achten. Er ist da unten links. Vielleicht hat er uns ja... ...irgendwas Spezielles zu sagen. Wir achten einfach mal auf ihn. So. Nee, er lässt sich hier nichts anmerken. Er guckt nur komisch. Das heißt also, bis zum ersten Checkpoint habe ich schon mal nichts verpasst. Bam, bam, bam. Ach, komm. Vielleicht gibt es ja ein Leben. Nee, das ist ein Puzzleteil, was ich sogar schon hatte. Nee, wir warten. Hier ist auch nichts. Na, komm her. Deine... ...katz. Da. 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 Komm her. Nochmal den. Okay, bis dahin haben wir auch noch nichts. Jetzt nicht, glaube ich, mir hat etwas übersehen. A, O, N, G. Da brauche ich auch nichts. Oh, komm. Hm. Das habe ich auch schon. Weil ich habe das... Heckt aber auch nichts an, ne? Was habe ich denn? Ich habe das K. Das ist N. So. Eben. Eben. Auch alles. Oh. Das... Gibt es nicht. Das hat damit auch nichts zu tun. Sonst würde er reagieren. Nee. Oh, hier. Okay, der Name war. Ah. Wow Wow Ah, ich geh jetzt hier mal runter Gibt's doch nicht Ist es denn? Oh Das haben wir auch Das haben wir auch Noch nicht Ach doch, jetzt hab ich alles Oh, danke Sparks Ach shit Damit hab ich's aber abgeschlossen Und ich bedanke mich ganz herzlich Bis zum nächsten Mal Und ich bin euer TroHortRein Tschüss Tschüss Tschüss